Und willkommen zurück zu Let's Play Day Z. Hier immer noch mit, wie heißt er? Kümmerle. Kümmerle, hey! Kümmerle! Kümmerle! Und ähm... Ich dachte, du meinst mich. Wir sind auf dem Weg nach Polana, aber das Pantytown Polana. Genau. Und haben jetzt auch mal auf Facebook dazu eingeladen, dass man hier mal herkommen kann, so. Spontan. Ja. Inklusive Serverangabe. Und mal gucken. Ja. Wir haben alle drei mal einen Post abgegeben. Obwohl der Server... Ja doch, es dürfte noch platt sein. Das Serverangabe habe ich jetzt schon gar nicht gemacht. Aber ich nehme ja immer alle Freundesanfragen auf Steam an, ne? Eben so. So will ich nachjoinen. Ich bin auch immer online da in Steam. Damit man auch nachjoinen kann. Du auch, Daniel? Ja, ne? Der ist immer online. Was? Ja, ja, ja. Quatsch. Meist ja. Also das Ding ist so, ähm... Man kann es ja auch verstehen. Mit anschreiben auf Steam und so, ich kann sowieso nicht immer antworten. Und im Moment habe ich sowieso viel zu tun und kann dann auch gar nicht antworten. Und insofern hat es nicht so viel Wert, wenn man mich edit. Und deshalb nehme ich jetzt auch nicht mehr alles an. Nur wenn ich die Leute dann auch wirklich, ähm, ein bisschen besser kenne. Und auf Facebook, weiß ich nicht, habe ich jetzt dazu geschrieben, auf welchem Server wir sind. Oldenburger Bratwurstbude. Den findet man ganz... Alter, ich will Bratwurst, ne? Wo seid denn ihr jetzt hin? Links von dir. Hinter der Mauer da? Auf dem Schrottplatz. Ja. Weißt du, so richtig geil. So ein Brötchen mit ein bisschen Senf. Vegetarisch natürlich. Vegetarisch? Der sagt, ja, ja. Der sagt, den ich auf dem Rücken habe, der ist natürlich auch, äh, vegan. Klar, das ist ein... Kunstleder. Kunstrehe. Ja, genau. War schon ausgestopft. Lol, wie sie alle ankommen, wie sie ankommen, ey. Boah, geil. Das ist doch mal ein Squad hier, ey. Was meinst du? Auf jeden Fall. Nichts kann schief gehen. Ne, wir werden die Bude heute rauf. Der Trick an der Sache ist jetzt, dass ich so tue, als wollte ich geile Bilder aufnehmen. Eigentlich aber will ich nur, dass ihr vorgeht. Aus Gründen, die du uns jeden Moment erzählen willst, oder? Ja, wie immer, genau. Aus Gründen... Der Schwarze da vorgehen. Der Erfahrungshalbe. Lol. Oh Gott. Lol. What the fuck. Ey, ey, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Es wird alles wieder gut. Kümmerle macht es, kümmerle macht es. Lol, noch einer. Ey, der macht eine 180-Grad-Drehung und trifft noch. Voll der Stress hier. Das ist voll der coole Zombie. Das war's schon? Ich hab hier noch einen. Ne, der backt rum. Sau gut. Dafür bekommst du einen High-Five, Bruder. Was soll diese ethnologische Diskussion schon wieder, die mich in ein schlechtes Licht drückt, Patrick? Der schwarze muss wieder vor. Das stimmt gar nicht. Da kommst du jetzt mit um die Ecke. Nee, es ist... Ich dräng mich halt auch immer vor. Du bist Patrick. Weißt du? Für mich steht immer das Individuum im Vordergrund. Ja, natürlich. Ich finde auch diesen Ausdruck schwarz nicht richtig. Genauso wie ich weiß nicht richtig finde. Ich bin nicht weiß. Ich bin beige irgendwie. Beige? Pink. Ja, so Hautfarben. Weißt du? Hast du einen Beauty-Channel? Aber Hautfarben kann ich jetzt auch nicht sagen, weil das ist ja irgendwie Quatsch. Ich meine, der in Anführungszeichen schwarze, genau, ist halt auch Hautfarben so. Aber da merkt man schon wieder den Rassismus. Hautfarben. Und damit ist dann dieses Beige gemeint. Kann man dann eher sagen, schwach pigmentiert? Oder afrikanische Hautfarben oder europäische Hautfarben? Im Endeffekt ist es egal, was man sagt. Es ist immer falsch dann. Man kann es nur falsch machen, solange man Leute in irgendwelchen Kategorien steckt. Ach Bullshit, ich wollte auch. Wie alle reinschießen. Ich zück die Axt ganz brav. Da kommen noch zwei. Meiner, Meiner, Meiner. Ja, okay, dann schieß. Komm. Fuck, fuck, fuck. Wow, mit der Spitzhack in den Kopf rein. Ey. Wow. Pass auf Malta. Ey, Malta. Krümel. Ja, sag Kümmerle. Kümmerle. Ich höre sie. Einer lebt noch. Ich würde da schießen, aber ich habe Schiss, dass ich Kümmerle treffe. Ich nicht. Nice. Ja, du hast auch so eine präzise Waffe irgendwie. Skill, wolltest du sagen? Skill kann man natürlich ja auch verwenden. Das Problem ist, dass ich M4-Munition für diese Waffe brauche. Und die gibt es ja selten, ne? Richtig. Da musst du herkommen. Aber die Heli-Spots sind doch wieder aktiviert. Ah, stimmt. Dann gibt es ja in Massen die M4-Munition. Ja. Ich zück mal meine Magnum. Sind wir denn jetzt auch wieder Nullchecker? Ja, Nullchecker. Ja, Nullchecker. Ja, Nullchecker, ne? Luzi, Luzi, wo bist du? Ja. Hier liegen zwei extra rum, Leute, wenn ihr braucht. Ich immer Angst habe, wenn ich hier die Treppen hochgehe. Also nicht wegen Abschüssen, sondern weil ich... Wo hast du denn die... Wo hast du denn Revolver jetzt? Den hatte ich schon die ganze Zeit. Okay. Komm her, wollen wir Feuerwehr-Challenge, Luzi? Hochgehen. Oh, nee, komm. Zombie hinter dir, Patrick. Patrick! Pass auf. Survival-Action. Zusammenhalt, Freunde. Zusammenhalt! Together. Er schießt ihn. Gut. Loll. Die glitschen jetzt bei mir rum. Das hat ein Update, ne? Guck mal. Der glitscht weg. Nice. Nice. Das ist ja... Das ist... ...so renten meiner so... Weil du da eine Waffe angelegt hast. Ja, stimmt. Ja, ja, hab ich gerade gemerkt. Pro. Ne, ich hab eher auf die Umgebung geachtet, als auf meinen Charakter. Alter, noch einer. Was wollt ihr denn alle? Ja, komm, wir gehen da weg. Die spawnen da neu und dann... Ja, der Server ist halt restarted. Da sind die ganzen Mongos wieder da. Retarded. Retarded. Du bist auch ein Loser, ne? Ein Loser? Ein Loser. Ein Loser. Ich schwebe ein Zucchini in der Luft. Na gut, äh... Hab ich gesagt. Schwebekraft hier drin. Also, wenn du was zu essen brauchst, ne? Kümmere alle. Dann sag Bescheid. Ja, dann... Ja, wieso machst du die Tür zu? Troll. Was macht dir die Tür zu, ne? Nein, die bist du offen. Ja, ist klar. Voll lustig, ey. Eine Millisekunde. Die Garagen da hinten sind auch alle auf. Lass mal hingehen. So, wir wollten ja noch, ähm... Zum Airstrip dann, ne? Ja, lass... Ach, guck mal. Nur eine Garage ist zu. Hm. Hm. Ist da noch einer zu gange? Oder ist es eine Falle? Es könnte eine Falle sein. Auf den Boden, Jungs. Auf den Boden. Go, go, go. Sneaky. Sneaky auf den Boden. Bundeswehrleute, komm. Der die Schüsse gehört hat, meinst du? Wie sie da hinrennen. Mach doch mal auf Bundeswehr. Ja, es ist Bundeswehr. Hier haben wir Emma Stone quasi. Übrigens, sollen wir das sagen? Dass man noch durch Wände gucken kann? Kann man sagen. Kann man das mal zeigen, wenn du willst. Aber ist eigentlich nicht gut, ne? Weil dann... Obwohl, nee, komm, lass es dir. Zeigen würde ich es nicht. Nein, nein, nein. Nee, es geht noch. Es geht noch unter Umständen. Aber auch mit einem Nachteil verbunden, aber... Ja, man kann durch die Wand quasi getroffen werden. Hier, die Zombie. No Problem. No Problem. Es ist halt nicht mehr so easy, dass man halt andere Leute spotten kann. Aua! Hast du mich getroffen gerade? Weiß ich nicht. Ich wurde getroffen. My leg is broken. Hab ich dich getroffen? Willst du mich verarschen? Also entweder warst das du... Oder dein Zom. Das ist mutig. Das müsste ich mir in Slow-Mo nochmal angucken. Das ist kein Zom. Ich bin grau. Ich bin hart am... Ich bin sogar hart am Bluten. Fuck, fuck, fuck. Ich muss mich kurz verbinden. Geht's bitte. Geht schon, danke. Ach, danke, Kümmerle. Alles klar. Naja, zweimal hält besser. Nein, jetzt nimmt er die... Ja. Hat mich Dani wieder angeschossen? Ja, das... Weißt du... Ich... Nee, nee, komm. Du hast... Stand in der Schusslinie. Gut, es war... Es war ein Abprall. Ja, komm, dafür halte ich dir jetzt die Zombies ein bisschen... Einigen wir uns auf Abprall. Aber ich hab irgendwie alles noch pristine. Nee, die Hose ist ruinier. Du hast mir ins Bein geschossen. Ja, sorry. Das heißt, du hast hier gerade 20 Mosin-Munition. Einfach mal so. Bei mir steht hier noch ein... Jetzt war weg. Okay. Das Buch kann man ja drin lassen. Oh Gott, jetzt hab ich keine... Jetzt hab ich voll wenig Munition noch. Ja, wieso blutest du? Hast du keine Bücher in der Hose oder was? Doch, eins hatte ich in der Hose drin. Lol. Habt ihr noch Mosin-Muni? Ja. Brauchst du? Ja. Zehnen Schuss wäre schon in Ordnung noch. Ja, komm her. Hier. Bist du draußen schon? Ich muss erst mal was futtern. Guck mal, wie die Zombie-Dame hier vor mir kniet. Sieht ein bisschen falsch aus. Aber die hockt hier ganz gut. Ja, das sieht ein bisschen falsch aus, wenn ich das da stehe. Allfalle. Uzi, ey. Nein, Quatsch. Das ist so eine kleine Sau. Was ist... Ey. Sorry. Server-Auto-Restart in 15 Minuten. 15 Minuten? Hier, warte mal. Eine Tuna noch rein. Da hat 20 Schuss. Äh, ja, warte. Ach ja. Gefunden? Nein. Wo ist denn... Lol. Echt nicht? Nee. Da hat der Daniel den Luzi wieder mal angeschossen. Stopp. Das ist noch gar nicht klar. Naja. Das ist noch gar nicht klar. Ich darf darauf hinweisen, dass ich nicht der Einzige mit einem Magnum bin. Wohin geht das wieder hin? Willst du es jetzt auf den armen Kümmerle schieben, oder was? Ja, der kann sich wenigstens nicht wehren hier im TS. Mittlerweile gefunden, Luzi? Nee. Oh, du bist so ein Buhn. Wieso? Wieso? Der verfolgt mich hart hier. Hier, ich leg dir nochmal 10 hin. Du hast ihn bestimmt vergessen hinzulegen. Nein, ich hab die... Hab ich auf Video, Alter. Okay. So, warte. Hier, dropp ich die. Da liegen sie. Ja, warte. Danke, Bro. Vielleicht ist sie ja... Warte mal. No problem. Im Neben... Ah, nee. Ich hab auch schon geguckt. Ja, komm. Lass weitergehen. Nee, die ist weggekommen. Ja, wir suchen dir neue. Kein Thema. No problem, man. Ich bin aber grau. Weil du ein Loser bist. Loser? Ja. Ja. Da hast du mal wieder das Große losgezogen mit meinem Bein. Ah, ah, ah. Ah. Was ist denn los? Ah. Hm. Hm. Ich bin oben im Pianohaus. Meine Waffe ist ganz lose. Ha. Okay, sowas. In dem Richtung R viel. Ich bin Patrick im Pianohaus. Und singe da meinen Song. Den Pianosong. Sing, sing along, sing. Sing along. Oh, die Scheiben sind so laut. Dann nehme ich mir nochmal ein dickes Buch hier. The Quirt. Du kannst es ja lesen, wenn du Lust hast. Fishing Book. Oh, jetzt brauche ich nur noch einen Stock. Ein Seil habe ich schon, dann kann ich angeln, Alter. Das glaube ich nicht. Wusstet ihr, dass du ein dickes Buch brauchst, was? Wusstet ihr eigentlich, dass ihr mit einer Schaufel nach Würmern graben könnt? What? What? Will ich das? Seitdem Update jetzt? Ja, du kannst mit einer Schaufel, nee, vorher glaube ich schon. Du kannst mit einer Schaufel, kannst du halt den Boden analysieren. Du kannst ja sagen, irgendwie suche nach Würmern. Und dann kannst du die Würmer halt... Suche nach was? Was lauferst du, Daniel? Es gibt ja auch Worms Amaghetto. Ha. Boah, was ist denn los heute? So, ich bin mal gerne zum Airstrip langsam, Jungs. Ja, ich auch irgendwie. Komm, Bro, weißt du was? Wir gehen da gemeinsam hin. Hätte sich gerade ein bisschen eingemacht hier. Wart ihr das gerade? Nice. Ah, mein, das ist wieder durstig. Was ist los mit dem? Ja, was ziehe ich mir jetzt mal rein, was nicht so viel Flüssigkeit hat? Schlecht war da. Ja, ja. Dann würde ich mal sagen und vorschlagen. Schöne Grüße an David, ja. Kommt aus der Schweiz. Ja, auf jeden Fall schon mal da ein High Five dafür. Und leider keine weiteren Informationen. Und dann auch an dieser Stelle. Preis gegeben. Schöne Grüße an Paske. Also P-A-S-C-E. 14 Jahre alt, leidenschaftlicher Daisy-Spieler und Fahrradfahrer. Paske. Professionell Fahrradfahrer oder Hobby-mäßig? Leidenschaftlich. Oh, sehr schön. Ich bin jetzt gerade hart am überlegen, was Paske noch heißen könnte. Also Pascal vielleicht oder? Pascal oder? Also da habe ich keine Ideen zu. Ich weiß ja nicht, von wem der kommt. Also wir haben hier eine Tabelle, eine große, wo wir unsere Sachen immer reinkopieren. Und ja, Paske. Paske. Pascal, denke ich mal. Ja, sag mal bitte, wie du richtig heiß bist. Kann doch nicht sein. Genau. Also Paske 14, der leidenschaftlich Fahrrad fährt und dabei Daisy spielt. Meldet dich mal bitte. Während dem Fahrradfahren oder was? Ja, natürlich. Nice. Nein, bitte nicht während des Fahrradfahrens auf dem Mobilgerät Kommentare schreiben oder so. Das ist gefährlich. Pass auf. Das wollen wir nicht animieren, sondern... Genauso wie beim Autofahren, wie long? Das geht auch nicht. Auch sehr gefährlich. Das ist Grauzone bei dir auf dem Kanal, ne? Ab und zu fällt mir was hin. Diese Drive-Logs, Patrick, ne? Was damit? Ich finde die saugeil. Ja, ich auch. Ich gucke mir die immer wieder an. Das ist so eine geile Idee irgendwie. Aber letztes Mal ist ja dann tatsächlich mal die Kamera abgefeilt. Ja, ja. Ja, Noob. Passiert auch mal im Besten. Willst du machen? Ähm. Ja, ich frage mich aber gerade, wo die anderen sind. Nichts los in Polana. Nichts los in Svet, nichts los in Polana. Alle wieder in Beere. Oh, ich habe gerade eine Antwort. Ich bin nämlich gerade auf, äh, Wohnungssuche. Also nicht auf Wohnungssuche, aber ich brauche so ein Zimmerchen. Kommst du nach Basel? Ja, lol, Basel. Stille. Ja, klar, wenn du einen Job hast. Lol, hinter uns. Luz, ich beschütze dich. Ich beschütze dich. Kommt drauf an. Meiner Magnum. Boah. Was brauchst du denn für einen Job so? Bäm. Ich mache alles. Kannst ja mit Gärten an. Lol. Ferienjob. Ne, mit Pflanzen kann ich nicht so. Dachte ich am Anfang auch, aber es geht mittlerweile. Also das, das, das muss ich mal sagen. Also Pflanzen gehen gar nicht. Kinder. Das Geile ist ja. Eigentlich auch nicht. Lieber Pflanzen als Kinder. Tiere. Du hast einen Nachteil. Kommt drauf an. Bei den Pflanzen. Je nachdem, ob es nass oder trocken ist. Diese ganzen Insekten, ne? Ja, das, ja. Da kennen wir uns beide sehr gut. Da ist, wenn da hier ein kleines Vieh drin ist. Alter, ich raste aus im Zimmer, ne? Dann ist Eskalation vor. Ich mache immer so ein Handtuch. Das drehe ich. Nehme das an beiden Enden und dann schlage ich um mich. Okay, alles klar. Kümmeler hat mir gerade sein. Ey, psch. Sein Hoodie gegeben. Sein Pustinen. Nice. Ich habe ja noch eine Police-Uniform. Ich habe auch heute Morgen so eine mega fette Spinne einfach gesehen, ne? Ja, furchtbar, ne? Gehen wir mal zum Teichlusten. Das ist aber so eine gelbe auch, ne? Also wir sind eben hier oben im Pianenhaus, ne? Ich kann jetzt mal auf Facebook posten, die Spinne. Ja. Das ist schön, dass ihr da seid. Habt mal ein bisschen Spaß da. Ja, jetzt sind wir ja ein bisschen am Rumgucken, ne? Ja, wir machen Survival. Ja, wir machen halt. Wir machen jetzt, äh. Together. Hier, Everon. Everon, könnt ihr mal kontaktieren. Da links seht ihr überhaupt. Das ist, glaub ich, The Forest hier, ne? Was? The Forest? Guck mal. Guck mal, da oben auf dem Burg ist bestimmt Devil's Castle. Glaubst du, der sucht seinen Sohn? Ich glaube, der sucht seinen Sohn. Hans, Hans, mit Sandalen, mit Sandalen. Ich wollt's auch gerade ansehen. Alter, das ist ja sowas für, oh, ne. Sandalen finde ich okay, aber Socken da drin und dann in dieser Dreiviertelhose kommen. Lass weiter nehmen. Oh Gott. Das ist ja Pizzapresto, Junge. Oh, das ist ja, Gott, ne. Das muss ich erst mal verdauen mit Pizzapresto. Da bitte, Pizzapresto.cs, einmal besuchen. Könnt ihr mal, genau, ist bestimmt irgendwo in Russland. Das haben wir schon mal, glaub ich, angesprochen. Das wurde schon mal bestätigt. Was denn? Pizzapresto? Ja. Könnt ihr mal bestellen, ist in Russland. Dauert zwar eine Weile, bis die Pizza da ist, aber gut. Ihr seid jetzt am Teich, oder was? Ach, was wollen wir eigentlich am Teich? Wir wollen zum ersten, was ist denn los mit denen? Lass mal zurück zum Piano-Haus. Oh, lol. Ihr rennt nur rum, es ist gar keine Action in der Folge. Keine Action, keine Action. Keine Action, stopp, 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 stopp. Ach, lol. Alter. Ey, das hat an mir vorbeigezischt, ne. Ist dir schon klar. Das war am Ohr vorbei. Ja, ich weiß nicht. Ich hab jetzt den Ohrwurm. Aha. Ja, das kann ja wohl doch abprallen, hab ich gehört, ne. Aber ich glaub nur von bestimmtem Untergrund. Hör auf, bitte. Nein, lass es bitte, ich bin schon grau. Daniel, lass es bitte, ich bin schon grau. Kann's auch schwarz sein. Alter, deine Hose ist kaputt. Ja, wieso wohl? Ist abgeprallt in mein Knie rein. Wobei, nee, wenn's ins Knie reingegangen wär, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich dann wieder... Fracture. Lol. Player! Achso. Na. So, finden wir den anderen. Brown, cute girl. Ich glaub, der ist in die Richtung noch. Wie heißt der? Kümmerle. Kümmerle. Genau, dann machen wir mal hier Pause, würde ich sagen. Und warten, bis der Server restartet ist. Ja, dann würde ich sagen. Polana nochmal schnell an und gehen dann zuerst. Kümmerle, Mama. Dann würde ich sagen, bis morgen, Freunde. 20 Uhr da ist sie wie jeden Tag. Das gesamte Jahr über. Ja. Ein Leben lang. Man mag es kaum glauben, aber es ist so. Guck mal, ist dieses Schild auch neu? Es ist alles hier irgendwie neu. Boah, Kacka. Boah. Boah, Kaike. Tschö. Ja, tschö. Peggy 18. Ja, tschö. Ja, tschö. Das war's. Das war's. Das war's.